Am Deutschen Museum beschäftigen wir uns im Rahmen von Museum 4.0 mit den unterschiedlichen Perspektiven der 3D-Visualisierung in der musealen Vermittlung. Das bedeutet für uns alles von der 3D-Digitalisierung selbst der Objekte bis hin zu verschiedenen Vermittlungsangeboten, aber auch der Diskussion zu verschiedenen Digital Storytelling Methoden. In der 3D-Digitalisierung sind wir darauf konzentriert, dass wir verschiedene 3D-Scan-Verfahren testen. Im 3D-Scan-Labor stellen wir uns Fragen wie, wann macht es Sinn, einen Handscanner zu nutzen, wann nutzen wir besser ein stationäres System oder aber auch, welche Objekte eignen sich für den Scan mit Streifenlichtscan-Verfahren oder aber mit Laserscan-Verfahren. Wir beschäftigen uns aber natürlich dann auch damit, wenn die Objekte mal gescannt sind, wie sollen wir diese dann dokumentieren und wie stellen wir sie online auch wieder zur Verfügung. In der Folge ist dann die Frage, wir haben diese 3D-Objekte so schön gescannt und haben sie jetzt in unserer Datenbank, wie nutzen wir sie dann weiter für die Vermittlung im Museumsraum. Damit beschäftigen wir uns in einem zweiten Teilprojekt rund um Augmented Reality. Da geht es darum zu gucken, wie können wir eigentlich Museen dabei unterstützen, eigene Augmented Reality-Inhalte bei Ihnen im Haus umzusetzen. Wir haben hierfür verschiedene Prototypen getestet für die Anwendung in unterschiedlichen Ausstellungs-Szenarien. Wir haben aber auch einen Workshop gemacht mit anderen Verbundpartnern, um zu gucken, wo hier noch offene Fragestellungen sind. Am Ende soll eine Augmented Reality-App entstehen, mit deren Hilfe man verschiedene Anwendungs-Szenarien selber testen kann. Im Bereich Digital Storytelling haben wir ein Online-Kursprogramm aufgesetzt, beziehungsweise wir führen es fort. Meeting-Making ist jetzt in der dritten Staffel und wir beschäftigen uns in diesem Jahr damit herauszufinden, wie eigentlich Online-Ausstellungen koproduktiv auch direkt online entstehen können. Das heißt, es geht darum, wie können Online-Ausstellungen gemeinsam produziert und dabei auch Nachhaltigkeitsthemen mit eingebracht werden. Zusätzlich natürlich passiert ganz viel im Vorarlab, der Ort, an dem wir hier gerade sitzen. Das Vorarlab ist im Rahmen der ersten Phase des Museum 4.0-Projekts entstanden und hier sind wir jetzt dran, neue Installationen zu testen. Das heißt Raumprojektionen, aber auch neue interaktive Elemente in unserem Vorarlabskurs. Das heißt, es geht darum, wenn wir dort mit drei'derem个 mit zwei an, die Zeit und drei gucken, die drei drei Minuten einigern, wenn wir da mit drei Tagen gefangen, dann in einem Beständikeren,